Lektion 1. Die Frontlinien Hey Anna, ich habe einen Artikel über Leute gelesen, die seit fast zwei Jahrzehnten an vorderster Front stehen. Hallo John, das klingt heftig. Wer sind die drei Männer, die in dem Artikel erwähnt werden? Es sind Veteranen, die ihr Leben dem Dienst gewidmet haben, und das hat mich wirklich dazu gebracht, über ihre Erfahrungen nachzudenken. Das ist faszinierend. Es muss unglaubliche Kraft und Belastbarkeit erfordern, um so lange zu dienen. Unbedingt. Ich kann mir nur vorstellen, mit welchen Herausforderungen sie im Laufe der Jahre konfrontiert waren. Was motiviert sie ihrer Meinung nach, trotz dieser Herausforderungen weiterzumachen? Ich glaube, es ist ein Gefühl der Pflicht und des Engagements gegenüber ihren Mitbürgern. Das ist eine edle Motivation. Sie müssen sich ihrer Mission stark verbunden fühlen. Ja, und ich denke, sie finden auch Sinn darin, anderen zu helfen und sie zu schützen. Das ist so wahr. Es ist inspirierend, eine solche Hingabe zu sehen. Wissen Sie, ob sie ihre Geschichten teilen? Das tun sie. Viele Veteranen nehmen an Vorträgen teil oder schreiben Memoiren, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Das ist wunderbar. Es hilft anderen zu verstehen, welche Opfer sie bringen. Genau. Ihre Geschichten zu hören kann sowohl aufschlussreich als auch demütigend sein. Ein Mann erzählte, wie er während seines Dienstes trotz der Schwierigkeiten lebenslange Freundschaften geschlossen hatte. Das ist unglaublich. Diese Bindungen müssen so bedeutsam sein, besonders in schwierigen Zeiten. Definitiv. Es ist wie eine Bruderschaft, die noch lange nach dem Ende ihres Dienstes andauert. Ich denke, dass Kameradschaft einer der wichtigsten Aspekte ist, wenn man an vorderster Front steht. Ich stimme zu. Es ist herzerwärmend zu wissen, dass sie sich auch außerhalb ihrer Pflichten gegenseitig unterstützen. Ja. Denkst du, ihre Erfahrungen könnten andere dazu inspirieren, anderen zu dienen? Ich glaube, das können sie. Das Teilen ihrer Geschichten kann jüngere Generationen dazu motivieren, einen ähnlichen Weg in Betracht zu ziehen. Das ist eine wertvolle Perspektive. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft ihre Beiträge anerkennt und würdigt. Unbedingt. Wir sollten immer die Opfer schätzen, die diejenigen bringen, die dienen. Ich fühle mich inspiriert, wenn ich nur darüber spreche. Es ist eine Erinnerung an die unglaubliche Stärke, die Menschen an den Tag legen können. Das ist es wirklich. Ihre Geschichten erinnern uns daran, wie wichtig Mut und Belastbarkeit in unserem Leben sind. Lektion 2. Leckere Reisen Hey Anna. Hast du in letzter Zeit Streetfood probiert? Hallo John. Ja, ich habe kürzlich einen fantastischen Taco-Stand entdeckt. Warst du dort? Habe ich nicht. Was macht ihre Tacos so besonders? Sie verwenden frische Zutaten und haben eine Vielzahl von Salsas zur Auswahl. Es ist eine Geschmacksexplosion. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, wenn Streetfood diesen authentischen Geschmack hat. Unbedingt. Streetfood spiegelt oft die lokale Kultur wieder. Hast du die Knödel aus dem Vordruck in der Innenstadt probiert? Habe ich. Sie waren herrlich. Die würzige Dipsauze hat wirklich für einen Kick gesorgt. Richtig. Es ist schwer, einem guten Knödel zu widerstehen. Welche anderen lokalen Lebensmittel empfehlen Sie? Verpassen Sie nicht den Falafel-Rap auf dem Markt. Es ist außen knusprig und innen weich. Lecker. Ich liebe Falafel. Servieren Sie es mit Tahini-Sause? Ja, das tun Sie. Es ist die perfekte Ergänzung. Das nächste Mal solltest du es auf jeden Fall ausprobieren. Das werde ich. Ich habe auch gehört, dass es in der Nähe einen neuen Bubble-Tea-Laden gibt. Hast du es dir angesehen? Noch nicht, aber ich habe großartige Dinge über ihre einzigartigen Aromen gehört. Was ist dein Lieblings-Bubble-Tea? Ich liebe die Passionsfrucht mit Litschig-Ele. Es ist so erfrischend, besonders an einem heißen Tag. Das klingt herrlich. Normalerweise trinke ich klassischen Milchdee mit Tapioca-Perlen. Damit kannst du nichts falsch machen. Die Kauperlen haben etwas an sich, das das Trinken unterhaltsam macht. Genau. Es ist wie eine kleine Party in deinem Mund. Denkst du, wir sollten eine Street-Foot-Tour planen? Das ist eine fantastische Idee. Wir könnten von allem ein bisschen probieren und einen Tag daraus machen. Ja. Wir können ein paar Freunde einladen und daraus einen lustigen Ausflug machen. Ich kann die Köstlichkeit schon schmecken. Lassen Sie uns eine Liste mit Lebensmitteln erstellen, die Sie unbedingt probieren müssen. Großartig! Wir sollten auch Desserts einbeziehen, wie die warmen Kuros, die Sie auf dem Jahrmarkt verkaufen. Oh, auf jeden Fall! Kuros mit Schokoladensauce sind unwiderstehlich. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, alle Geschmacksrichtungen gemeinsam zu erkunden. Lektion 3. Sehenswürdigkeiten erkunden Hey Anna! Ich habe über all die tollen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen nachgedacht, die wir in der Nähe haben. Hallo John! Das klingt aufregend. Welche erwägen Sie zu besuchen? Ich möchte wirklich das historische Schloss in der Innenstadt besichtigen. Ich habe gehört, dass die Aussicht von oben atemberaubend ist. Ich war dort. Die Aussicht ist in der Tat atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Sie können die ganze Stadt sehen. Genau darauf hoffe ich. Erinnerst du dich an interessante Fakten über das Schloss? Ja. Es wurde in den 1800er Jahren erbaut und hat eine faszinierende Geschichte, an der königliche Familien beteiligt waren. Beeindruckend! Das macht es noch faszinierender. Ich liebe Orte, hinter denen reiche Geschichten stecken. Unbedingt! Apropos Geschichten. Hast du die alte Bibliothek in der Nähe besucht? Habe ich nicht. Was ist das Besondere daran? Es ist eine der ältesten Bibliotheken der Region und hat eine wunderschöne Architektur. Außerdem gibt es seltene Bücher darin. Seltene Bücher? Das klingt unglaublich. Die würde ich gerne sehen. Du solltest es auf jeden Fall zu deiner Liste hinzufügen. Und vergiss den Botanischen Garten nicht. Davon habe ich gehört. Man sagt, es ist, als würde man durch ein Märchen gehen. Das ist es wirklich. Die Blumen sind lebendig und es gibt friedliche Orte zum Entspannen. Klingt nach einem Plan. Wir können am Schloss beginnen, dann zur Bibliothek gehen und im Garten enden. Das ist eine großartige Reiseroute. Wenn Sie Hilfe bei der Planung benötigen, lassen Sie es mich wissen. Danke, John. Darauf nehme ich dich auf jeden Fall auf. Um wie viel Uhr, denkst du, sollten wir anfangen? Vielleicht gegen 10 Uhr? Auf diese Weise können wir jeden Ort genießen, ohne uns zu beeilen. Perfekt. Und wir könnten auch ein Picknick für den Garten einpacken. Ich liebe diese Idee. Das wird den Tag noch spezieller machen. Genau. Ich kann es kaum erwarten, diese Sehenswürdigkeiten mit dir zu erkunden. Ich auch nicht. Es wird ein Abenteuer voller Entdeckungen und Spaß. Lektion 4. Home Sweet Home Hey, Anna. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wichtig ein sauberes Badezimmer in einem Haus ist. Hallo, John. Absolut. Ein aufgeräumtes Badezimmer macht wirklich einen Unterschied darin, wie gemütlich sich ein Zuhause anfühlt. Genau. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viel schöner es ist, wenn alles organisiert ist? Ja. Es ist wie ein Hauch frischer Luft. In einem sauberen Raum fühle ich mich immer entspannter. Manche Menschen unterschätzen die Rolle einer guten Haushälterin. Sie wirken wirklich Wunder. Ganz gewiss. Die Haushälterin kümmert sich auf jeden Fall um die Details, die wir möglicherweise übersehen. Richtig. Manchmal komme ich mit meiner eigenen Reinigung kaum hinterher. Wie kommst du zurecht? Ich versuche, einen Reinigungsplan zu erstellen. Es hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Das ist eine kluge Idee. Das sollte ich in Betracht ziehen. Haben Sie bestimmte Tage für verschiedene Aufgaben? Ja. Normalerweise widme ich montags den Toiletten und donnerstags dem Abstauben und Staubsaugen. Das klingt effizient. Was ist mit Wäsche? Mittwochs wasche ich. Es unterbricht die Woche schön. Wochenenden können hektisch sein. Wenn Sie einen Zeitplan haben, haben Sie später möglicherweise mehr Freizeit. Sehr wahr. Außerdem ist es schön, einen sauberen Raum zu genießen, ohne sich zu beeilen, Dinge zu erledigen. Genau. Und es fühlt sich befriedigend an, Aufgaben von einer Liste abzuhaken. Ich stimme zu. Es gibt ein Gefühl der Erfüllung. Haben Sie irgendwelche Tipps, um das Badezimmer sauber zu halten? Ich empfehle, regelmäßig zu entrumpeln. Werfen Sie alte Produkte weg und behalten Sie nur das, was Sie verwenden. Toller Tipp. Ich finde auch, dass die Verwendung von Körben hilft, Gegenstände übersichtlich zu organisieren. Ja. Körbe können dafür sorgen, dass alles zusammengesetzter aussieht. Außerdem sind sie leicht zu reinigen. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen eine große Wirkung haben können. Absolut. Ein sauberes Badezimmer kann den Ton für das gesamte Haus angeben. Lektion 5 Wasserwunder Hey, Anna. Hast du von den Problemen mit der Wasserversorgung in St. Katharines gehört? Hallo, John. Ja, ich habe etwas darüber gelesen. Sie brauchten eine zuverlässigere Wasserquelle für die Gemeinde, oder? Genau. Es ist interessant, wie sehr wir im täglichen Leben auf Wasser angewiesen sind, nicht wahr? Das ist es wirklich. Wasser ist für alles, vom Kochen bis zum Reinigen, unverzichtbar. Was passiert dort mit dem Bach? Sankt Katharines liegt am 12-Mail-Kräg, aber es scheint, dass das Angebot in letzter Zeit nicht konstant war. Das klingt besorgniserregend. Haben Sie schon über Lösungen nachgedacht? Sie prüfen verschiedene Optionen, darunter die Verbesserung der Infrastruktur und die Erkundung anderer Wasserquellen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass jeder Zugang zu sauberem Wasser hat. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie etwas, das wir für selbstverständlich halten, zu einem großen Problem werden kann. Richtig. Ich denke, es erinnert daran, wie wichtig es ist, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen. Ja, es kann auch helfen, die Gemeinschaft über Naturschutz aufzuklären. Definitiv. Einfache Maßnahmen wie das Reparieren von Lecks und die Verwendung von wassersparenden Armaturen können einen großen Unterschied machen. Ganz gewiss. Ich versuche immer, auf meinen Wasserverbrauch zu achten. Was ist mit dir? Das gleiche hier. Ich habe angefangen, kürzer zu duschen und beim Zähneputzen den Wasserhahn zuzudrehen. Das sind tolle Angewohnheiten. Jede noch so kleine Anstrengung zählt, um Wasser zu sparen. Genau. Und mit dem Klimawandel wird es immer wichtiger, Verantwortung zu übernehmen. Gut gesagt. Ich denke, die Gemeinden sollten auch zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen anzugehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Zusammenarbeit kann zu innovativen Lösungen und einem besseren Ressourcenmanagement führen. Außerdem bringt es Menschen für eine gemeinsame Sache zusammen, was immer ein positives Ergebnis ist. Unbedingt. Es ist inspirierend zu sehen, wie Gemeinschaften sich für etwas so Wichtiges wie Wasser zusammenschließen. Ich hoffe, St. Katharines findet bald eine zuverlässige Lösung. Jeder verdient Zugang zu sauberem Wasser. Lektion 6. Fokus und Ablenkungen Hey, Anna. Ich versuche in letzter Zeit, mich mehr zu konzentrieren mit all den Ablenkungen um mich herum. Hallo, John. Ich verstehe das vollkommen. Was tun Sie, um diese Ablenkungen zu beseitigen? Ich versuche, sie zu entfernen, indem ich Benachrichtigungen auf meinem Telefon deaktiviere. Es hilft mir, mich besser zu konzentrieren. Das ist ein kluger Schachzug. Ich schaue oft auf mein Handy, wenn ich arbeiten sollte. Es ist so leicht, abgelenkt zu werden, nicht wahr? Was ist mit dir? Haben Sie noch andere Strategien? Ich verwende manchmal Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sie helfen wirklich dabei, Hintergrundgeräusche auszublenden. Tolle Idee! Musik kann auch die richtige Stimmung für Konzentration schaffen. Hörst du etwas Bestimmtes? Ich bevorzuge Instrumentalmusik, wenn ich arbeite. Es hält mich konzentriert, ohne durch Texte abgelenkt zu werden. Das ist clever. Normalerweise bevorzuge ich Umgebungsgeräusche wie Regen oder Meereswellen. Es fühlt sich beruhigend an. Oh, ich liebe diese Sounds auch. Sie schaffen eine friedliche Atmosphäre. Hast du irgendwelche Apps dafür ausprobiert? Ja, ich habe eine fantastische App gefunden, die eine Vielzahl von Naturgeräuschen enthält. Es ist sehr beruhigend. Das sollte ich mir mal ansehen. Manchmal mache ich sogar kurze Pausen, um meinen Geist zu erfrischen. Das ist wichtig. Ein kurzer Spaziergang oder eine Dehnung können wirklich helfen, ihren Fokus wieder aufzuladen. Genau. Ich finde auch, dass wenn ich hydratisiert bleibe, mein Energieniveau hoch bleibt. So war. Regelmäßiges Trinken hilft mir, wachsam zu bleiben. Was tun Sie noch, um den Fokus auf Recht zu erhalten? Ich setze mir für jede Arbeitssitzung bestimmte Ziele. Es gibt mir etwas, auf das ich abzielen kann. Das ist eine großartige Technik. Ich verwende gerne einen Timer, um in Intervallen zu arbeiten, wie bei der Pomodoro-Technik. Davon habe ich gehört. Es ist eine fantastische Möglichkeit, Zeit zu verwalten und die Produktivität zu steigern. Ja. Es ist erstaunlich, wie viel mehr ich erreichen kann, wenn ich Aufgaben in überschaubare Teile aufteile. Das muss ich versuchen. Mit all diesen Tipps können wir unseren Fokus auf jeden Fall gemeinsam verbessern. Lektion 7 Der sanfte Weg Hey Anna, ich habe über die Wildheit des Menschen gelesen und wie wir diese Perspektive ändern können. Ich habe ein Zitat gefunden, das besagt, um das Leben auf dieser Welt sanft zu gestalten, widmen wir uns dem, es hat wirklich großen Anklang bei mir gefunden. Das ist wunderschön. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir alle zu Freundlichkeit und Mitgefühl beitragen können. Genau. Kleine freundliche Handlungen können einen Domino-Effekt in der Gemeinschaft haben. Letzte Woche habe ich einer älteren Nachbarin geholfen, ihre Einkäufe zu tragen. Es fühlte sich gut an, unter die Arme zu greifen. Das ist wunderbar. Ich habe mich kürzlich freiwillig in einem örtlichen Tierheim gemeldet und es war so erfüllend, anderen zu helfen. Freiwilligenarbeit ist eine großartige Möglichkeit, etwas zu bewegen. Wie war deine Erfahrung? Es war ein Augenöffner. Ich habe viele Menschen mit unglaublichen Geschichten getroffen und das hat mich dazu gebracht, zu schätzen, was ich habe. Das ist so wahr. Die Begegnung mit verschiedenen Menschen kann unser Verständnis des Lebens erweitern. Empathie ist der Schlüssel. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu verstehen und zu unterstützen, besonders in schwierigen Zeiten. Genau. Wir können Akteure des Wandels sein, indem wir Freundlichkeit in unseren täglichen Interaktionen fördern. Ich stimme voll und ganz zu. Selbst in unserem geschäftigen Leben können wir uns Zeit für kleine Gäste nehmen, die andere aufmuntern. Definitiv. Und je mehr wir Freundlichkeit fördern, desto mehr wird sie Teil unserer Kultur. Es ist, als würde man eine Kettenreaktion der Positivität auslösen. Stellen Sie sich vor, jeder würde sich dem widmen. Die Welt wäre so ein hellerer Ort. Wir könnten andere dazu inspirieren, sich uns bei dieser Mission anzuschließen. Ja. Es ist eine kollektive Anstrengung. Denken Sie nur an die Wirkung, die wir gemeinsam erzielen könnten. Es ist aufregend, sich das vorzustellen. Lasst uns weiterhin Wege finden, Sanftmut in unserem Leben zu fördern. Unbedingt. Jede noch so kleine Anstrengung zählt, und wir können einen Akt nach dem anderen zu Veränderungen anregen. Lektion 8. Die Rebellion der Jugend Hey Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie Menschen mit dem Erwachsensein umgehen und welche Stimmung der Rebellion oft damit einhergeht. Hallo John. Das ist ein faszinierendes Thema. Was glaubst du treibt diesen rebellischen Geist an? Ich glaube, es ist eine natürliche Reaktion darauf, Unabhängigkeit zu wollen und traditionelle Normen in Frage zu stellen. Unbedingt. Junge Menschen haben oft das Bedürfnis, ihre eigene Identität getrennt von ihren Familien zu entwickeln. Genau. Es ist wie ein Übergangsritus, bei dem sie Erwartungen herausfordern, um ihr wahres sich zu finden. Ich erinnere mich, dass ich mich so gefühlt habe, als ich ein Teenager war. Hast du jemals gegen Normen rebelliert? Oh, ganz sicher. Ich habe meine Haare in einer verrückten Farbe gefärbt und mit meinem Stil experimentiert. Was ist mit dir? Ich fing an, Musik zu hören, die meinen Eltern nicht zustimmte, und ging zu Konzerten, ohne es ihnen zu sagen. Klassisch. Musik kann eine so mächtige Form der Rebellion sein. Sie hilft, Emotionen und Ideen auszudrücken. Ja, und es schafft ein Gemeinschaftsgefühl unter denen, die ähnliche Gefühle teilen. Das tut es wirklich. Diese Erfahrungen prägen oft unsere Ansichten und helfen uns, die Welt besser zu verstehen. Definitiv. Es ist faszinierend, wie diese rebellische Phase zu persönlichem Wachstum und Selbstfindung führen kann. Sehr wahr. Es kann zwar chaotisch sein, führt aber oft zu wertvollen Lektionen fürs Leben. Genau. Glaubst du, dass diese rebellischen Momente nachhaltige Auswirkungen auf die Menschen haben? Ich glaube schon. Sie vermitteln oft den Mut, später im Leben andere gesellschaftliche Normen infrage zu stellen. Das macht Sinn. Es ist, als würde man Widerstandsfähigkeit und Selbstvertrauen aufbauen, um für das einzustehen, woran man glaubt. Ja, und manchmal können diese Rebellionen wichtige Veränderungen in der gesamten Gesellschaft auslösen. Unbedingt. Die Geschichte ist voller Beispiele, in denen jugendliche Rebellion zu bedeutenden Veränderungen führte. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, wie die nächste Generation den Status quo weiterhin infrage stellen wird. Ja, jede Generation bringt neue Ideen und Perspektiven mit, die unsere Welt verändern können. Und das ist das Schöne daran. Der Kreislauf von Rebellion und Wachstum hält die Gesellschaft dynamisch und entwickelt sich weiter. Gut gesagt. Es ist wichtig, diese Veränderungen anzunehmen und junge Menschen auf ihren Reisen zu unterstützen. Definitiv. Schließlich könnten die Rebellen von heute die Führer von morgen sein und eine bessere Zukunft für alle gestalten. Lektion 9. Die Macht der Bruderschaft Hallo Anna. Ich bin auf ein eindringliches Zitat darüber gestoßen, wie eine Strömung die mächtigsten Mauern der Unterdrückung und des Widerstands niederreißen kann. Hallo John. Das klingt heftig. Was glaubst du, für was steht dieser Strom? Ich glaube, es steht für Einheit und Solidarität unter den Menschen. Wenn sie zusammenkommen, können sie Großes erreichen. Das macht Sinn. Es erinnert mich daran, dass Bewegungen für Veränderung oft damit beginnen, dass Einzelpersonen für eine gemeinsame Sache zusammenstehen. Genau. Es ist, als hätte man ein Unterstützungssystem. Wenn du weißt, dass dir jemand den Rücken frei hält, gibt dir das Kraft. Unbedingt. Ich betrachte es als eine Bruderschaft, in der sich die Menschen gegenseitig unterstützen und gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Ja. Es ist inspirierend. Genau wie das Sprichwort, er war mein Bruder, betont es Verbundenheit und gemeinsamen Kampf. Das ist so wahr. Brüderlichkeit schafft ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zielstrebigkeit. Hast du jemals eine solche Verbindung gespürt? Definitiv. Ich habe es während eines Gemeinschaftsprojekts gespürt, an dem ich teilgenommen habe. Alle haben zusammengearbeitet und wir haben etwas Sinnvolles erreicht. Das klingt unglaublich. Diese Erfahrungen können unser Selbstverständnis und unsere Rolle in der Gesellschaft wirklich verändern. Das können Sie wirklich. Es ist ermutigend zu wissen, dass wir etwas bewirken können, wenn wir uns zusammenschließen. Ja. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch kleine Aktionen zu einer größeren Bewegung beitragen können. Sehr wahr. Manchmal kann das bloße Eintreten für jemanden einen Domino-Effekt der Veränderung hervorrufen. Genau. Jede Stimme zählt. Und gemeinsam können wir Mauern der Unterdrückung abbauen. Ich liebe diese Perspektive. Sie ermutigt uns, anderen gegenüber proaktiv und mitfühlend zu sein. Ja. Es geht darum zu verstehen, dass wir alle zusammen dabei sind und dieselben Kämpfe und Triumphe teilen. Richtig. Und jeder Akt der Freundlichkeit und Unterstützung stärkt diese Bande der Brüderlichkeit. Es inspiriert auch andere, mitzumachen, wodurch eine starke Kraft für das Gute entsteht. Unbedingt. Denken Sie nur an das Potenzial, das wir haben, wenn wir gemeinsam Widrigkeiten trotzen. Es ist wirklich inspirierend. Ermutigen wir uns weiterhin gegenseitig, diesen Geist der Brüderlichkeit in unserem Leben zu fördern. Ja. Je mehr wir diese Verbindungen pflegen, desto stärker wird unsere kollektive Stimme. Lektion 10. Der Wert der Verbindung Hey Anna. Ich habe über eine Zeile nachgedacht, die ich gelesen habe. Was für ein Mädchen wäre gut für Sie, es hat mich dazu gebracht, über unsere Rollen in Beziehungen nachzudenken. Hallo John. Das ist ein interessanter Gedanke. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach in einem breiteren Kontext? Ich glaube, es deutet darauf hin, dass jeder Mensch Beziehungen wertvoll macht, unabhängig vom Geschlecht. Es geht um Verbindung und Unterstützung. Genau. Messio erwähnt auch. Wir könnten gut zueinander sein. Es unterstreicht die Bedeutung des gegenseitigen Nutzens. Ja. Beziehungen leben vom Geben und Nehmen. Wenn beide Parteien ihren Beitrag leisten, entsteht eine ausgewogene Dynamik. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wie eine Teamleistung, bei der sich jeder geschätzt und geschätzt fühlt. Unbedingt. Hast du jemals diese Art von Verbindung gespürt, bei der du und ein Freund einfach klicken? Ja. Es ist so ein lohnendes Gefühl. Das spüre ich oft bei meinen engen Freunden. Wir unterstützen uns gegenseitig durch dick und dünn. Das ist wunderbar. Es ist erstaunlich, wie diese Bindungen in schwierigen Zeiten Trost und Ermutigung bieten können. In der Tat. Es ist wie ein Sicherheitsnetz zu wissen, dass immer jemand für einen da ist. Und diese Beziehungen helfen uns auch, als Individuen zu wachsen. Es ist ein wunderbarer Kreislauf von Unterstützung und Ermutigung. Ja. Außerdem macht das Teilen von Erfahrungen das Leben so viel reicher und angenehmer. Genau. Ob es nun Freude oder Leid ist, jemanden zu haben, mit dem man es teilen kann, macht den Unterschied. Und es lehrt uns Empathie und Verständnis. Wir lernen aus den Erfahrungen des Anderen. Sehr wahr. Diese Lektionen prägen uns und helfen uns, tiefere Verbindungen zu Anderen aufzubauen. Es ist faszinierend, wie sinnvolle Beziehungen unser allgemeines Wohlbefinden verbessern können. Ja. Es ist wichtig, diese Verbindungen zu pflegen und das Gute zu schätzen, das sie in unser Leben bringen. Definitiv. Wir sollten immer danach streben, diese Quelle der Güte für andere zu sein, so wie sie es für uns sind. Gut gesagt. Es geht darum, eine Gemeinschaft zu fördern, in der sich jeder geschätzt und geliebt fühlt. Genau. Wenn wir uns gegenseitig fördern, können wir ein positiveres Umfeld für alle schaffen. Und das sollten wir alle in unserem täglichen Leben anstreben. Lektion 11. Die Markterfahrung Hey, Anna. Ich habe gerade den lokalen Markt besucht und er war voller Energie. Hallo, John. Das klingt aufregend. Was hast du dort gesehen? Die Produktabteilung war voll von frischem Obst und Gemüse. Die Farben waren so einladend. Ich liebe das. Frische Produkte haben immer eine Art, den Ort zu verschönern. Hast du bemerkt, dass die Angestellten Wasser auf das Gemüse sprüten? Ja. Es ist faszinierend, wie sie das machen, damit alles frisch und ansprechend aussieht. Genau. Es ist, als würde man sie ein bisschen duschen. Es verstärkt ihre Farben und macht sie verlockender. Und es geht nicht nur um das Aussehen. Es hilft auch dabei, ihre Frische zu bewahren, was für die Qualität unerlässlich ist. Stimmt. Frisches Obst und Gemüse schmecken so viel besser. Hast du irgendwas gekauft? Ich habe ein paar saftige Erdbeeren und knusprige Paprika mitgenommen. Ich kann es kaum erwarten, sie in einem Salat zu verwenden. Lecker. Das klingt köstlich. Ich liebe es, wenn Früchte Saison haben. Sie schmecken so viel süßer. Unbedingt. Saisonale Produkte sind oft die besten. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, lokale Landwirte zu unterstützen. Ja. Der Kauf vor Ort hilft der Wirtschaft und reduziert den CO2-Fußabdruck, was sich positiv auf die Umwelt auswirkt. Genau. Außerdem entdecken sie einzigartiges Obst und Gemüse, das sie in normalen Geschäften möglicherweise nicht finden. Das ist einer meiner Lieblingsteile. Manchmal stoße ich auf exotische Produkte, die meine Kreativität in der Küche anregen. Ich auch. Es ist jedes Mal wie ein kleines Abenteuer, wenn ich einkaufen gehe. Hast du schon einmal versucht, mit einer ungewöhnlichen Zutat zu kochen? Ich habe einmal mit Drachenfrucht gekocht und es war eine tolle Erfahrung. Die Farbe war umwerfend, aber sie hatte nicht viel Geschmack. Interessant. Ich habe das über Drachenfrucht gehört. Es geht mehr um die Optik als um den Geschmack, oder? Genau. Aber dadurch sah mein Smoothie so lebendig aus. Präsentation ist schließlich wichtig. Ja. Ich denke, das Aussehen von Lebensmitteln kann unseren Appetit beeinflussen. Das ist alles Teil der Erfahrung. Definitiv. Beim Essen geht es nicht nur um Ernährung. Es geht auch darum, die Aromen und die Ästhetik zu genießen. Gut gesagt. Nächstes Mal sollten wir gemeinsam einen Markt erkunden und schauen, welche einzigartigen Funde wir entdecken können. Lektion 12. Der Spielplatz der Natur Hey Anna. Ich habe vor kurzem angefangen, im Park in der Nähe meines Hauses zu joggen und ich liebe es absolut. Hallo John. Das klingt wunderbar. Was gefällt dir am Joggen im Park am meisten? Ich schätze es sehr, von Natur umgeben zu sein. Die Bäume, die Blumen und die frische Luft machen einen großen Unterschied. Das kann ich mir vorstellen. Die Natur wirkt beruhigend, nicht wahr? Es ist eine großartige Möglichkeit, der Hektik des Alltags zu entfliehen. Genau. Außerdem liebe ich es, beim Joggen all die verschiedenen Vögel und manchmal sogar Eichhörnchen zu sehen. Das klingt herrlich. Hast du einen Lieblingsplatz im Park? Ja, es gibt einen schönen Teich mit Enten, den ich immer wieder bewundere. Es ist so friedlich dort. Wie reizend. Ich denke, eine malerische Aussicht kann Ihr Trainingserlebnis wirklich verbessern. Das tut es. Ich jogge länger, nur um die Umgebung zu genießen. Trainierst du im Freien? Bei schönem Wetter radele ich gerne auf den Wegen. Draußen zu sein, gibt eine so erfrischende Atmosphäre. Das ist genial. Radfahren ist eine großartige Möglichkeit, mehr vom Park zu erkunden. Wie weit fährst du normalerweise? Normalerweise radele ich ungefähr fünf Meilen. Es ist ein gutes Training und ermöglicht es mir, verschiedene Bereiche des Parks zu sehen. Das ist beeindruckend. Ich sollte es auch mit dem Radfahren versuchen. Es klingt nach einer unterhaltsamen Art, meine Routine durcheinander zu bringen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, andere Outdoor-Enthusiasten kennenzulernen. Das ist mir aufgefallen. Es gibt eine Gemeinschaft von Joggern und Beakern, die immer freundlich und ermutigend sind. Ja, es ist schön, diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Es schafft ein unterstützendes Umfeld. Das ist das Schöne daran, in der Natur zu trainieren. Es bringt Menschen zusammen und kann das Training viel angenehmer machen. Ganz gewiss. Außerdem fühle ich mich mit jedem Joggen energiegeladener und mit der Umwelt verbundener. Die Natur hat wirklich eine Möglichkeit, unseren Geist wiederzubeleben. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um es zu schätzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich denke, ich werde es mir zur Gewohnheit machen, regelmäßig im Park zu joggen. Es ist eine perfekte Art, aktiv zu bleiben. Lektion 13. Die Kunst des Gleichgewichts Hey Anna! Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie wichtig Ausgeglichenheit in unserem Leben ist. Hallo John! Das ist ein interessantes Thema. Auf welche Aspekte des Gleichgewichts konzentrieren Sie sich? In erster Linie ermutige ich dazu, Grenzen zu setzen und die persönliche Zeit für einen gesunden Lebensstil zu respektieren. Das ist entscheidend. Ohne Grenzen fühlt man sich leicht überfordert oder ausgebrannt. Genau! Mir ist aufgefallen, dass die Arbeit leicht in meine Freizeit übergehen kann, wenn ich mir keine Grenzen setze. Das ist ein gemeinsamer Kampf. Wie hält man diese Grenzen aufrecht? Ich versuche, bestimmte Arbeitszeiten festzulegen und mich daran zu halten. Sobald mein Tag vorbei ist, konzentriere ich mich auf mein Privatleben. Das ist eine großartige Strategie. Ich finde auch, dass das Ausschalten von Benachrichtigungen mir hilft, mich von der Arbeit zu trennen. Ja! Es ist erstaunlich, wie viel präsenter wir sein können, wenn wir nicht ständig auf unsere Telefone schauen. Absolut! Und wenn wir diese persönliche Zeit haben, können wir neue Energietanken und Hobbys nachgehen, die uns Spaß machen. Richtig! Ich habe wieder angefangen zu lesen und es war so eine erfrischende Flucht vor dem Alltagsstress. Das klingt magisch. Ich bevorzuge Sachbücher, insbesondere Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Das sind wertvolle Lektüren. Sie können großartige Einblicke in das Gleichgewicht zwischen unserer geistigen und emotionalen Gesundheit geben. Genau! Ich glaube, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in unserem Leben. Ich stimme zu. Je besser wir uns selbst verstehen, desto besser können wir Grenzen setzen, die uns gut tun. Und es ist wichtig, diese Grenzen auch anderen mitzuteilen. Ja! Klare Kommunikation hilft anderen, unsere persönliche Zeit zu verstehen und zu respektieren. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus gesunder Beziehungen, sowohl persönlich als auch beruflich. Unbedingt! Wenn wir Grenzen setzen, fördert das gegenseitigen Respekt und Verständnis. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wohl und geschätzt fühlt. Genau! Ich denke, wir alle müssen aktiv an diesem Gleichgewicht für unser allgemeines Wohlbefinden arbeiten. Definitiv! Es ist eine kontinuierliche Reise, die aber zu einem erfüllteren Leben führt. Gut gesagt! Ich setze mich dafür ein, meinen Grenzen und meiner persönlichen Zeit in Zukunft Priorität einzuräumen. Lektion 14. Das Vermächtnis eines Anführers Hey, Anna! Ich habe gerade die Lektüre über eine faszinierende Führungspersönlichkeit aus der Geschichte beendet. Hallo, John! Das klingt faszinierend. Über wen hast du gelesen? Ich habe von einem mutigen und energischen Führer gelesen, der während eines bedeutenden Konflikts schnell amerikanische Stellungen angriff. Oh, interessant! Das klingt nach einem strategischen Manöver. Aus welcher Zeit stammte dieser Anführer? Dieser Führer stammte aus dem frühen 20. Jahrhundert während eines großen Krieges. Seine Taktik war ziemlich gewagt. Das ist ein ziemlicher Zeitraum. Was hat seine Führung für sie besonders hervorgetan? Seine Fähigkeit, seine Truppen zu inspirieren und zu mobilisieren, war bemerkenswert. Er hatte ein einzigartiges Charisma, das seine Männer motivierte. Charisma ist ein starkes Merkmal einer Führungskraft. Es kann wirklich einen Unterschied darin machen, wie Menschen auf Herausforderungen reagieren. Unbedingt! Er hatte auch ein Händchen für schnelle Entscheidungen, was seine Gegner oft überraschte. Das ist in der Kriegsführung von entscheidender Bedeutung. In der Lage zu sein, schnell zu denken, kann das Blatt im Kampf wenden. Stand er vor nennenswerten Herausforderungen? Ja, er sah sich heftigen Widerstand gegenüber und musste seine Strategien im Handumdrehen anpassen. Er war bekannt für seine Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist der Schlüssel. Es ist beeindruckend, wie Führungskräfte trotz Hindernissen der Situation gewachsen sind. Genau! Seine Anpassungsfähigkeit ermöglichte es ihm, Gelegenheiten zu nutzen, die andere vielleicht verpasst hätten. Es klingt, als wäre er ein Meister der Strategie gewesen. Hat er sein Land nachhaltig geprägt? Das hat er. Sein Führungsstil beeinflusste zukünftige Generationen und er hat oft an Militärakademien studiert. Das ist faszinierend. Es ist erstaunlich, wie das Handeln einer Person die Geschichte prägen und so viele inspirieren kann. Ganz gewiss. Sein Vermächtnis erinnert daran, wie wichtig Kühnheit und strategisches Denken in der Führung sind. Es lässt Sie auch darüber nachdenken, wie sich die Geschichte oft wiederholt, wenn ähnliche Führer auftauchen. Das ist wahr. Die von früheren Führungskräften gewonnenen Erkenntnisse können aktuellen und zukünftigen Führungskräften bei ihren Entscheidungen als Richtschnur dienen. Es ist ein kontinuierlicher Lern- und Anpassungszyklus. Glauben Sie, dass seine Taktik im heutigen Kontext funktionieren würde? Einige vielleicht, aber die moderne Kriegsführung hat sich erheblich weiterentwickelt. Das würde jetzt einen anderen Ansatz erfordern. Definitiv. Die Technologie hat die Führungs- und Strategielandschaft in vielerlei Hinsicht verändert. Stimmt. Aber die Kernqualitäten einer großartigen Führungskraft wie Entschlossenheit und Inspiration bleiben zeitlos. Lektion 15. Drei Länder erkunden Hey, Anna. Ich denke darüber nach, bald eine Reise in drei verschiedene Länder zu unternehmen. Hallo, John. Das klingt unglaublich. Welche Länder erwägen Sie zu besuchen? Ich denke an Spanien, Italien und Griechenland. Sie alle haben eine so reiche Geschichte und Kultur. Was für ein fantastisches Trio! Wie lange planen Sie, in den einzelnen Ländern zu bleiben? Ich habe insgesamt über zwei Wochen nachgedacht. Denkst du, das wäre genug Zeit? Es könnte ein bisschen überstürzt sein, zumal jedes Land so viel zu bieten hat. Ich stimme zu. Ich würde gerne die Kunst in Spanien, die Küche in Italien und die antiken Ruinen in Griechenland erkunden. Es würde einige Zeit dauern, bis jede dieser Erfahrungen wirklich gewürdigt wird. Vielleicht erwägen Sie, mehr Zeit in einem zu verbringen? Das ist ein gutes Argument. Vielleicht könnte ich mich auf nur ein Land konzentrieren und wirklich in die lokale Kultur eintauchen. Ja, das Eintauchen in einen Ort kann zu bedeutungsvolleren Erlebnissen führen. Was würdest du empfehlen, wenn ich eines auswählen müsste? Wenn Sie Kunst und Architektur mögen, ist Spanien unglaublich. Aber wenn Sie ein Feinschmecker sind, könnte Italien Ihnen das Herz stehlen. Ich liebe italienisches Essen. Die Pasta, die Pizza, alles ist so lecker. Und vergiss das Eis nicht. Es ist ein Muss, es auszuprobieren, wenn Sie dort sind. Unbedingt! Ich habe gehört, es ist wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Was ist mit Griechenland? Griechenland ist perfekt für atemberaubende Landschaften und Geschichte. Die Inseln sind atemberaubend und die Ruinen sind beeindruckend. Es klingt, als ob Griechenland ein Traumziel für Erkundung und Entspannung ist. Das ist es auf jeden Fall. Sie können die Strände genießen und dann antike Städten wie die Akropolis besuchen. Wow! Das klingt nach einer perfekten Balance. Ich bin jetzt wirklich hin- und hergerissen darüber, wo ich die meiste Zeit verbringen soll. Vielleicht solltest du eine Reiseroute erstellen, die es dir ermöglicht, Highlights aus jedem Land zu sehen. Das ist eine tolle Idee. Eine gut geplante Reiseroute könnte mir helfen, mein Erlebnis zu maximieren. Außerdem bietet es Flexibilität, falls Sie länger an einem Ort bleiben möchten, der Ihr Herz erobert. Genau. Diese Reise entwickelt sich zu einem ziemlichen Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung zu beginnen.